Gleichzeitig gibt der Bodyguard in seiner abermaligen Aussage im September vor den Ermittlern auch zu Protokoll, dass Nepp private Rechnungen von Strache in seiner Zeit als Finanzreferenz der Wiener FPÖ wiederholt abgelehnt hat. Strache weist diese Anschuldigungen zurück. Nepp dementiert das, im Österreich-Gespräch von diesen Umwandlungen gewusst zu haben. Laut Oliver R. habe Nepp weit mehr Widerstand geleistet als seine Vorgänger. Tatsächlich liegen den Ermittlern hunderte Belege vor, auch Österreich hat Einsicht in diese Rechnungen, die privat wirken. Luxusurlaube, Rechnungen von Gucci, für Nachhilfestunden, für Reparaturarbeiten und Co. Oliver R. sagt aus, dass Nepp dafür kein Geld ausgezahlt habe, was das Ehepaar Strache verärgert habe. Jahrelang davor dürfte man diese Rechnungen, so sagt es der Zeuge, gegen den Aarholz Verdächtigen ermittelt wird, aber abgesegnet haben. Strache will im Finale den Bruderkrieg mit Nepp eskalieren lassen.